Schau her, schau her, bitte sehr, hier steht ein 15er Steiger, ja, ein 15er Steiger, hergerichtet, ja. Willst den kaufen oder nicht sogar, willst du Telefonnummer haben, ja, hier steht die Telefonnummer, ja. Schau auf, pass auf, pass auf, es ist nur einer da, nur ein 15er Steiger, ja. Wenn er fort ist, ja, dann kriegst du kein nix sogar, sogar ein Meebalken, ja, ist vorhanden, wirklich, ja. Willst du den Traktor haben, ja, da musst schnell anrufen, ja, 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 ja. Der 15er Steiger ist schon da, schau dir nur an, ja, ja, den bekommst du nur selten mehr. Ja, der 15er Steiger ist ein Sammlerstück, ja, ja, ein Sammlerstück, das ist doch klar. Was heißt denn das Sammlerstück, ach, ja, jeder ist von Ort in ihn, ja, jeder will so'n Traktor haben, ja. Jeder soll, sagt, wenn ich's nicht haben kann, ach, ja, dann still ich sogar. Ja, ja, das ist ein 15er Steiger, ja, denn will jeder haben, ja, jeder will den haben, ja, jeder will den fahren, ja. Und ein paar Biere gibt's auch dazu, hab alles zu Hause, nu, wennst du nicht wills haben, ja, dann rufe an. 0, 6, 9, 9, 1, 1, 0, 4, 7, 7, 9, 0. Dann werde ich abheben, ja. Dann werde ich abheben, ja, 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 dann werde ich abhe